Cloud is Capability and not a destination. Heißt, es sind Fähigkeiten und kein Ziel. Die Reise in die Cloud. Haben wir schon ganz viel hier bei der Inscom gehört. Meine Frage an dich. Hast du einen Tipp, wie man das gut gestalten kann? Robin, du hast es leider immer noch nicht verstanden. Die Reise in die Cloud gibt es nicht. Cloud is Capability and not a destination. Heißt, es sind Fähigkeiten und kein Ziel. Fähigkeiten, die man sich aneignen muss, um eine digitale Transformation im Unternehmen tatsächlich umzusetzen und das Ziel, mehr Kundenwerte oder mehr Kundenwerte zu generieren, tatsächlich auch zu erreichen.